Lasst euch verzaubern beim dritten SC Krabat Firmenlauf durch den Kursebruch rund um die geheimnisvolle Mühle. Fünf bis zehn Starter bilden ein Firmenteam und laufen gemeinsam den zwei Kilometer langen Rundkurs. Ein zauberhafter Sommerabend mit Wettkampfcharakter, Teamgeist und anschließender Feier in der Krabat Mähle zu Schwarzkollen. Und da ich mein Zauberbuch immer dabei habe, wird das hundertprozentig gelingen. Der dritte SC Krabat Firmenlauf. 15. Juni 18 Uhr. Anmeldung unter www.sportclub-heuerswerda.de